Wer redet, ist nicht tot. Eine neue Ausgabe jener Sendung, in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen und die gleichen Weine trinken, obwohl sie in ungleichen Städten leben. Eine neue Ausgabe der Weinflaschen. Hallo Christoph. Hallo Holger. So, los geht das. Ich war gar nicht unterwegs. Doch, ich war ja unterwegs. Also ich war ja in Italien. Ja genau, du warst ja in Italien gewesen. Südtirol, genau. Und du hattest mir ja noch so ein paar Tipps gegeben. Fahr da vorbei, fahr da vorbei. Irgendwann fuhren wir irgendwo lang und ich dachte so, Loaka, Loaka. Und dann waren wir wieder weg. Und ich habe es nicht geschafft, auch nur irgendwo hinzufahren. Weil? Weil Kinder dabei waren. Ja, das ist dein erster Kinderurlaub gewesen. Das war mein erster Kinderurlaub. Das ist einfach mal eine ganz andere Nummer. Das ist ein ganz anderer Schnack. Aber so richtig. Das ist wirklich, ich habe das an anderer Stelle schon erzählt, im Realitätsabgleich gestern. Das war katastrophal. Für dich ja. Ja, absolut. Das war für mich wirklich, das war eine solche Erschütterung, dass ich kurz vorm Nervenzusammenbruch war. Das, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also dieses, dass du, also ich habe mir dann, ich habe gedacht, ja okay, klar, Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit, brauchen viel Raum und so, klar. Aber ein bisschen was wird für mich ja auch abfallen. Nee. Tut's nicht. Also ich habe dann, jetzt weiß ich das. Also das wusste ich auch im Urlaub selber noch nicht. Jetzt weiß ich, wie man das machen kann. Nämlich den Kindern den Raum geben. Also die Kinder sagen halt so, hier ist der Raum, den nehmen wir uns jetzt. Und innerhalb des Raumes der Kinder musst du versuchen, für dich Raum zu finden. Irgendwie so, ja. Ja. Das war echt richtig, richtig heftig und ich war streckenweise richtig, richtig hässlich. Weil man, ich war durchgehend gestresst. Also ich bin komplett urlaubsreif jetzt. Ich bin komplett urlaubsreif zurückgekommen. Also nicht so ein bisschen, ich brauche Urlaub. Ich brauche dringend ein paar Tage frei. Und hab, ja. Und wo war ich? Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls habe ich es nicht geschafft, auch nur ein Weingut zu besuchen. Ich habe es nicht geschafft, nach Manerba in die Kaffee-Rösterei zu fahren. Auch das nicht. Nicht mal das. Und wir waren dann nebenan. Ja, 30 Kilometer, 40 Kilometer entfernt oder so. Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Und habt ihr euch alle davon erholt irgendwie? Also als Gemeinschaft jetzt? Die Kinder kriegen das ja, glaube ich, die sind ja super robust, die Arschlöcher. Ja, wir haben uns davon erholt und ich habe auch, also ich empfinde mehr Familie, als ich vorher empfunden habe. Und das ist irgendwie total angenehm. Oh, das ist gut. Ja. Das ist schön. Ist auch nicht so, dass wir nicht, also wir werden das auch nochmal machen. Mhm. Ja. Aber das ist, ja. Dann allerdings mit einem größeren Auto, weil ein Golf-Kombi, den ich für ein großes Auto halte, der ist nicht hinreichend, um mit vier Leuten 14 Tage wandern und baden zu fahren. Wir haben da Tetris gespielt. Genau, du hattest, du hattest das geschrieben und ich sagte ja, wir haben uns deswegen im letzten Sommer tatsächlich auf den Turan halt noch so eine Dachbox drauf gekauft. Und der Turan hat schon Platz hinten, ne? Und der Turan hat schon Platz hinten, aber wir sind da natürlich auch zu fünft. und, ja, wenn du dann irgendwie zwei, drei Wochen wegfährst, du nimmst ja einen halben Hausstand mit. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Aber immerhin, immerhin, und dann, wir waren ja in Kaltern, hatten da so eine Ferienwohnung, so Bauernhof halt, ne? So, halt ohne Hof. Die haben da irgendwie so einen Hektar Wein oder sowas da gehabt und die geben da ja alles an die Genossenschaft. Genau, weil die ja fast alle immer nur einen Hektar haben. Ja, genau. Zwei vielleicht mal und so. Und lohnt sich das kaum, ja, genau. Er gibt halt alles an die Genossenschaft, aber nicht ganz alles. Ein bisschen was baut er selber aus. Und das ist dann halt für seine Gäste, also für die Leute, die da wohnen. Kannst dann halt runter da in die Küche gehen und kannst dir ein Flaschchen nehmen, machst einen Strich in der Liste, kostet ein Flasch Rotwein, ein Vernatsch, fünf Euro. Immerhin. Einer der schönsten, kleinen, leichten Rotweine, die ich je in meinem Leben getrunken habe. Also tatsächlich, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen mit, äh, 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 ist ja dann auch immer, wie nennt sich das denn, ne? Also wenn der, wenn der Valpolicella in Italien gut schmeckt, nimmst du zehn Kartons mit, setz dich zu Hause auf den Balkon, stellst fest, schmeckt scheiße, ne? Genau, äh, genau so Urlaubswein. Urlaubswein, genau. Hat schon was davon, aber. Und, äh, ich dachte so, ja, total lecker und sowas. Und hab dann auch, dann schrieb Bertel, schrieb nach, ich meinte, ja, nimm noch zwei Flaschen mit und probier's zu Hause aus. Ähm, dann haben wir zwei Flaschen mitgenommen, genau genommen drei Flaschen mitgenommen. Und, äh, sind dann von Kaltern, also von Tirol an den Gardasee gefahren, äh, in eine Ferienwohnung. Das Haus stand direkt, also wirklich ein Meter entfernt von der Gardesana, das ist diese Straße, die um den Gardasee herumführt. Und die Fenster waren einfach verglast und gingen alle zur Straße hin. Das heißt, da war die ganze Zeit, vroom, vroom, vroom. Und dann wieder ein Motorradfahrer. Blablabla, 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 blablabla. So, ähm, wir, völlig durchgedreht, haben, dann, 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 haben wir uns wirklich, haben wir diese Weinflaschen aufgemacht und gesoffen. Dann haben wir uns abgeschossen, damit wir wenigstens petten können. Das war echt so bitter. Und sind dann auch nochmal umgezogen. Haben gesagt, so tut uns leid, wir können hier nicht bleiben, behalten Sie halt Geld. Wir gehen nochmal woanders hin. Und jetzt habe ich diese Flaschen nicht mitnehmen können. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ich lasse dir irgendwie eine zukommen oder sowas. Ja, ich sag dir was, fahr einfach nach Baden-Württemberg und kauf Trollinger. Das ist das Gleiche. Trollinger ist für ein Nudge. Jedenfalls stand ich da so mit der Landlady da und blablabla, der Wein, lecker. Und die sagt so, ja, das sind doch ganz alte Rebstöcke, die sind über 100 Jahre alt. Ich so, was? Habe ich gesagt so, ja, schreib alte Reben drauf und verkaufst die Flasche von 20ern. Ja, wenn der gut gemacht war. Der war echt schön. Ich meine, Vernatsch hat so ein kleines Revival erlebt in den letzten Jahren. Das ist einfach so wie der Trollinger. Also die Rebstorte heißt eigentlich Schiava Grossa und ist halt Vernatsch oder Trollinger, je nach Gebiet. Und es ist halt ein leichter, schöner, im Sommer kühl, trinkbarer Rotwein. Das ist nett. Einfach ein netter Wein. Das kann ein netter Wein sein, wenn es vernünftig gemacht ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja, super. Ja. Urlaub. Urlaub. Ich war ja, ich war ja eben. Sonst. Wir hatten ja. Wir haben mit Aperol Spritz getrunken ohne Ende. Kostet ja nichts. Ich habe halt gar nichts getrunken. Wie? Auch mal schön. Nö, ich habe einfach im Urlaub gar nichts getrunken. Ich war ja mit den Jungs unterwegs auf der mecklenburgischen Seenplatte. Ah, genau. Paddeln. Und genau, während Frau und Tochter eben auf dem Bauernhof waren. Wir haben ja das ja dieses Mal getrennt, weil wir ja letztes Jahr irgendwie so einen auch sehr anstrengenden Urlaub hatten zu fünft. Aber eben auch total verregnet. Das war ja einigermaßen ätzend. Und da haben wir dann gesagt, wir machen das einfach mal getrennt voneinander, weil die Bedürfnisse von der Kleinen und den beiden Großen einfach total unterschiedlich sind. Ja, dann habe ich mit denen ja irgendwie eine gute Woche über die mecklenburgische Seenplatte gepaddelt mit einem Kanadier und Zelt und so. Und ich bin jetzt ja auch nicht so der Zelttyp eigentlich. Aber es war gut. Es war richtig schön. Es hat echt Spaß gemacht. Nun haben wir ja eben auch Glück gehabt, dass wir eine Woche lang gutes Wetter hatten bis auf zwei Nächte. Ja, wo es irgendwie geschüttet hat. Aber es war halt nachts, tagsüber ist kein Tropfen Regen gefallen. Ja, super. Das ist ja echt geil. Das war echt toll. Und da wird es dann auch echt schön. Also die Havel irgendwie Richtung Mündung, eine Quatsch, Richtung Quelle im Naturschutzgebiet, wo die dann irgendwie noch, keine Ahnung, anderthalb Meter, zwei Meter breit ist. Und du an irgendwelchen Fischreihern und Kormoranen vorbeifährst, ohne dass die auffliegen, sondern einfach da sitzen. Und gucken und sich denken und gucken. Fischadler gesehen und so. Wirklich traumhaft ruhige Landschaft. Also sehr, sehr schön. War echt toll. Wie lange wart ihr insgesamt unterwegs? Eine Woche? Ja, neun Tage. Also wir waren praktisch sieben Tage mit dem Boot unterwegs und einen Tag an Reise und Abreise sozusagen. Also mit dem Zug halt irgendwie einmal über Rostock und einmal über Berlin. Und dann ist das, ist das teuer? Nee. Also was? Nee, nicht wirklich. Also du zahlst, ich habe jetzt 160 Euro für das, für ein Dreier Kanadier bezahlt mit, mit Ausrüstung, also mit Tonnen und Schwimmwesten und so weiter. Und dann, naja, und dann zahlst du halt, ich sag mal, zwischen 12,50 Euro und 22,50 Euro haben wir auf den verschiedenen Campingplätzen bezahlt. Das ist okay. Für drei Leute mit Boot und Zelt. Ja. Das ist okay. Und dann ziehst du das Boot auch immer aus dem Wasser und schleifst es dann irgendwie. Genau. Die sind eigentlich, also die, die wir hatten, die waren natürlich immer am Wasser und dann gibt es eben direkt am Wasser gibt es sozusagen die Plätze für die Wasserwanderer, während dann weiter oben dann teilweise eben die, die halt für die, für die normalen Camper sind. Das ist schon witzig. Also ich meine, Zelt- oder Camperkultur da im Osten, das ist, das ist nochmal eine eigene Nummer irgendwie. Echt? Inwiefern? Es gibt halt viel FKK, natürlich, das haben die ja noch viel stärker als wir im Westen, diese FKK-Kultur. Und ja, also ich finde Campingplätze an sich haben ja ein sehr, sehr eigenes Flair und ich fand das da nochmal spezieller. Ja, aber witzig, also es ist mal interessant mitzubekommen. Ja. Ja. Wärten wir das alles geklärt? Genau, hätten wir das alles geklärt. Womit fangen wir an zu trinken? Wir machen heute Weiß-Orange-Rot. Weiß-Orange-Rot. Genau, wir fangen an mit La Pierre de Sisyphus. La Pierre de Sisyphus? Ah, La Pierre de Sisyphus. Sisyphus. So, Schlückchen Syphilis. Schlückchen Syphilis von der Domaine Boris Jeffreys. Hört sich Englisch an, ist auch Englisch, weil der Joseph Jeffreys halt Engländer ist. Oh, der stinkt. Der stinkt ein bisschen, genau, das riecht so ein bisschen reduktiv erstmal. Also ein bisschen so Knallplättchen-Aromatik und so. Und das ist bei mir aber schon weggegangen. Also jetzt, ich habe es jetzt irgendwie vor ein paar Minuten mal eingegossen und ist weitgehend weg und riecht jetzt bei mir deutlich kräutriger. Und eben auch so wie Weine riechen, die eben praktisch keine zugesetzten Schwefel haben. Und das ist hier halt der Fall eigentlich. Wir sind ja in Südfrankreich geblieben mit unseren drei Weinen. Wir hatten ja jetzt die letzten beiden Sendungen auch schon Südfrankreich. Ich dachte, wir machen nochmal sozusagen nochmal so ein bisschen einen anderen Stil. Eben nochmal, ja, ja. Ich mute mich mal. Mach mal die, genau. Nochmal so ein bisschen einen anderen Stil, weil wir hatten jetzt so bio-biodynamisch. Jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen stärker Richtung Naturwein. Also noch weniger Eingriff sozusagen im Keller. Was für ein Eingriff, also was heißt eigentlich wenig Eingriff? Also was kontrollieren die? Kontrollieren die wenigstens noch die Temperatur oder ist denen das auch egal? Ganz unterschiedlich. Aber so die meisten Keller von Naturweinwinzern, die ich kenne, die haben eigentlich keine Temperatursteuerung. Nee. Also die sind dann normalerweise eben in den kalten Felsen gehauen. Also so wie man sich eben so Weinkeller vorstellt. Aber die haben jetzt normalerweise keine Temperatursteuerung, also keine Edelstahltanks, wo du dann nochmal irgendwie ein Kühlgerät anschließen kannst. Im Chat riecht man Fischkonserven. Ah, Fischkonserven. Das ist witzig. Genau. Das ist sehr interessant. Nee, Eingriff heißt letztlich, was tue ich halt in den Wein rein? Also wir hatten jetzt bei den Wein, die wir vorher hatten, Matassa oder so, da ist auch praktisch nichts drin. Also da ist auch nur sehr, sehr, sehr wenig geschwefelt und spontan vergoren, also keine zusätzlichen Hefen eingesetzt und so weiter. Das merkst du den Wein schon an. Und das merkt man jetzt hier auch, denke ich. Das ist sozusagen auch so ein Sponti-Stinker drin und dann hast du eben so eine bestimmte, so eine leicht süßliche Note im Wein, obwohl der eigentlich völlig trocken ist, durch diese, einmal durch die Hefe und zum anderen aber auch, hat man das eigentlich immer bei Weinen, finde ich, die praktisch nicht geschwefelt wurden. Dass sie nochmal so eine eigene süßliche, süßlich-kräuterige Aromatik eigentlich drin haben. Ja, und das ist, also der hat der Boris, nee, wer ist denn nicht Boris Jeffreys, sondern Joseph Jeffreys. Jack Johnson. Jack Johnson. Die Domain heißt Boree Jeffreys. Jack Jones. Ja, er heißt Jack Jones und Joseph Jeffreys. Genau. Das ist in Co, C-A-U-X und das liegt im Aero, also Vendepay de Aero, sagt vielleicht was, das ist so, das waren so die typischen Landweine der 80er, 80er Jahre so, ne. Also, Jacks Weineproh zum Beispiel ist irgendwie groß geworden, würde ich mal sagen, mit Weinen aus dem Aero zum Beispiel. Das ist halt Languedoc und liegt im Prinzip so ein bisschen im Hinterland von Naborne, Set, so die Ecke. Sehr lecker. Bis Montpellier so, in der Ecke, Clermont-Leroux ist es eigentlich und großenteils ist das so ein Massenweinbaugebiet, also es gibt eben sehr viel Landwein aus der Ecke, so in größerem Stile angebaut und zwischendrin eben so Winzer wie Boris Jeffreys. Und der macht diese, seine Weine jetzt erst im zweiten Jahrgang, also das, was wir jetzt trinken, ist der zweite Jahrgang. Und das, was ich von ihm zuerst getrunken habe, letztes Jahr auf der Raw in Berlin, wo du nicht mehr aus dem Bett gekommen bist, um mich da zu begleiten. Und da war, glaube ich, sogar noch der erste Jahrgang mit am Stand und ich fand es total gut. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar beim Norden Berlin sogar schon mal einen Wein von denen getrunken hast. Die hatten das mal mit in der Kombination mit irgendwas im letzten Jahr. Wie auch immer, ich fand die Weine super, ich fand den Typen sehr nett, aber ich fand vor allem wirklich die Weine klasse und vor allem angetan hat es mir dieser hier, weil der, also nicht weil, also einfach nur, weil ich ihn total gut fand. Und das Interessante ist eigentlich, dass er zu 70 Prozent aus einer Rebsorte besteht, die früher so das ganze lange Dock bevölkert hat, bis hoch zur Rohn und heute man kaum mehr findet. Also es gab vor 30 Jahren, also diese Rebsorte heißt Terrett und die gab es vor 30 Jahren noch in Hülle und Fülle, so 80.000 Hektar oder so und heute vielleicht noch 100. Oh, wie kommt das? Die war so auf Masse getrimmt, das war so eine No-Name-Sorte sozusagen, die so ein bisschen weiß wie Müller-Turgau, also so Masse statt Klasse und dadurch hat sich ja das ganze lange Dock eigentlich ausgezeichnet. Ja, das war alles im Prinzip Massenbein und das verkauft sich halt nicht mehr. Ja, das was heute an Vendepay, also an Landwein dort hergestellt wird, das sind alles bekannte Rebsorten. Ja, also wenn du überhaupt noch da Grenache und so weiter hast, also jetzt mal bei den Weißen ist es total selten geworden. Du hast vor allen Dingen Chardonnay, Sauvignon, also die üblichen Verdächtigen und eben auch im Rotweinbereich Cabernet und Merlot und Pinot, die da eigentlich gar nichts verloren haben, so unbedingt in den doch relativ warmen Regionen und dann hier ab und zu dann halt noch auch Syrah und Grenache. Aber eben viel so internationale Rebsorten, die sich eben auf dem Massenmarkt auch gut verkaufen lassen. Und da hat so eine Rebsorte wie der Terrette halt total drunter gelitten. Und Jeffries hat halt sozusagen eingeheiratet, der kommt eben aus England, sein Vater hatte da irgendwie zu tun in der Ecke. Er selber hat dann so mal irgendwann für Engländer Mountainbike-Touren organisiert und eine Frau kennengelernt, deren Vater irgendwie vier Hektar Weinberge hat und hat eben dann vorletztes Jahr sozusagen angefangen, nachdem er so ein bisschen rumgeschaut hat und bei anderen Winzern auch ein bisschen quasi in die Lehre gegangen ist, einfach mal anzufangen Wein zu machen. Und irgendwie kann er es. Also das ist ziemlich gut, finde ich. Eine sehr witzige Säure. Ja, die bleibt vor allen Dingen, die bleibt so schön hängen. Ein bisschen brausig. Ahoi-Poloi-Brause. Eine Ahoi-Poloi-Brause mit so ein bisschen Kräutersud, finde ich. Kräutersud? Das passt gut. Kräutersud? Ich tue es nicht. Ach scheiße, ich habe nichts gegessen. Oh Mist. Das wird schlimm. Das wird ja wieder witzig. Lass uns schnell machen. Also es ist halt... Lakritze, sagt der Chat. Ja, ja, genau. Lakritze, Süßholz, so die Riechung. Wir sind halt, das hatten wir in den anderen beiden Sendungen auch schon, die Weißweine aus dieser ganzen südfranzösischen Ecke, die haben halt überhaupt nichts zu tun mit Weinen, die wir hier in Deutschland haben. Weißweinen. Also überhaupt nichts von der Aromatik, aber auch nicht so von der Textur eigentlich so, wie wir das so bei uns kennen eigentlich. Also man kann Weine in Deutschland auch ein bisschen so in die Richtung kriegen, wenn man will, aber insgesamt die Aromatik der südfranzösischen Rebsorten ist einfach eine total andere. Liegt das am Terroir oder liegt es tatsächlich an den Sorten oder daran, wie die Franzosen den machen? Also es liegt erstmal an der Sorte, dann liegt es daran, dass es da, dass das Klima einfach ein anderes ist und die Sorten sich eben in diesem Klima dann auch wohlfühlen, also sozusagen eine Symbiose auch mit diesem Klima eingehen. Terroir, also Klima gehört ja letztlich auch mit ins Terroir, ist ja nicht nur Boden. Die Böden sind, also die Böden, die du da hast, findest du auch in gewisser Weise anderswo auch. Also er hat zum Beispiel Basaltböden und Basaltböden findest du. Schmeckt auch nach Basalt, ne? Ja, so vulkanisch, also vielleicht dieses vulkanische, das Zündplättchen, was du meinst. Das Zündplättchen, was man damit assoziiert, ja. Es hat halt nichts damit zu tun, aber man kann irgendwie so eine Verbindung herstellen. Also wenn ich dir jetzt gesagt hätte, ja, das sind Feuersteinböden, dann hättest du gesagt, ja klar. Ja, sicher. Genau, dabei kommt eben dieses Zündplättchen, kommt halt vom Ausbau. Okay. Ja, aber Basalt findest du zum Beispiel auch in der Pfalz, ja, also ich hatte jetzt vor drei Tagen, hatte ich ein paar Weine vom Weingut Odinstal. Die haben irgendwie größere. Volksweingut Odinstal. Volksweingut Odinstal. Und die haben eben auch ganz viel auf Basalt stehen. Also daran allein liegt es nicht. Es sind wirklich vor allen Dingen auch die Rebsorten, die wirklich anders sind als jetzt der hiesige Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling oder sonst was. Die sind halt viel aromatischer, die hiesigen Rebsorten. Und wenn du da unten dann eben Chardonnay anbaust für diese Vendepay, dann schmeckt das auch nach Chardonnay. Trotz Hitze. Also du hast dann halt einen relativ heißen, relativ alkoholreichen Chardonnay. Selten einen eleganten Chardonnay, aber man kann es schon machen, wenn man es dann besser verkauft. Gruß vom Chat. Weißt du, wie viel Restzucker der hat? Der dürfte vielleicht bei 1,5 Gramm liegen oder so. Also ich weiß es nicht genau, aber der dürfte eigentlich weitgehend durchgegoren sein. Passt gut zu Ententerrine, das schreibt einer in den Chat. Finde ich auch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nichts gegessen habe, aber kann ich mir gut vorstellen. So was Fettiges, weißt du, so was richtig fettig im Mund. Und da dann das Ding drauf ist. Kann der ganz gut gegenhalten, das glaube ich auch. Also Fischkonserve, witzigerweise, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wenn du das ölige, fettige drin hast. Jetzt so einen frischen Fisch auf dem Teller kann ich mir weniger gut vorstellen. Nee, auf gar keinen, der verschwindet dahinter. Dafür ist der hier zu bodenständig auch irgendwie. Also dafür braucht man irgendwie was filigraneres oder auch eleganteres. Das ist kein eleganter Wein. Aber es ist irgendwie ein, ja, ich finde, ein sehr bodenständiger und ein sehr, wie soll ich sagen, also so ein Weinbergsbetonter Wein irgendwie, finde ich. Auch erdig, also. So süff, der ist furchtbar süffig, ne? Er ist furchtbar süffig, ja. Er hat diese Süße, die man so ein bisschen spürt, ist tatsächlich eher sozusagen von der Macherart, aber nicht von dem Restzucker. Und dann hast du halt dieses, diese Säure. Ja, der hat fast was. Und Salzigkeit. Ja, stimmt. Das ist halt wieder, ja. Und was ich auch ganz interessant finde, wenn du wieder einen großen Schluck im Mund hast und viel spülst und spielst und so. Ja. Dann hast du fast so ein Gefühl wie eine Betäubung. Ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken kann, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre da was betäubt im Mund. Was es nicht ist, sonst würde man ja nichts mehr schmecken, aber. Also ich habe ja jetzt, es ist jetzt gerade die dritte Ausgabe der Schluck rausgekommen. Ja, habe ich noch nicht mal ausgepackt, ey. Und ich hatte die Freude, einen langen Artikel über Mineralität zu schreiben. Und Mineralität ist ja so wie Terroir so einer der Modebegriffe der Weinszene geworden in den letzten Jahren. Und die Frage war eben, was kann Mineralität im Wein überhaupt sein? Ist das sozusagen wirklich eine Übersetzung vom Boden? Irgendwie müssen die verschiedenen Böden ja sich im Wein abbilden. Ja, tun sie auch. Nur, dass man eben chemisch sozusagen, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, eben nicht nachweisen kann, dass jetzt bestimmte Minerale eine Mineralität erzeugen, eine besondere. Okay. Und das ist also viel kompliziert, es ist irgendwas passiert, aber es ist extrem kompliziert. Magie? Nö, nee, mit Sicherheit nicht, aber. Gott, jetzt plöppt hier bei mir gerade Avira-Antivirus auf und meinte, ich sollte mein System irgendwie. Avira-Antivirus, wer benutzt denn sowas? Hast du einen Windows-Rechner? Nein. Mach das weg. Nein, ich mach's jetzt weg, weil er neu starten will, aber ansonsten, so, Entschuldigung. Antivirus. Also Mineralität nach allem, was ich so verstanden habe und für mich selber auch so sehe, ist genau das, was du beschreibst. Also bestimmte Säuren im Wein, die so etwas vibrierend Frisches erzeugen, was sich so ein bisschen so anfühlt, als würdest du an einer Batterie lecken. Ja, exakt, exakt dieses Taubheitsgefühl. Und genau das hast du hier im Wein. Ja. Genau. Ja. Exakt, genau das. Exakt das. Und deswegen ist das ein wunderbares Beispiel für einen mineralischen Wein. Ich würde sagen, genau das ist es. Du hast dieses, also diese Mineralität spiegelt sich wieder in dieser leichten Salzigkeit, die der Wein hat und dann eben in dieser besonderen Form von Säure. Ja. Und deswegen mag ich diese. Das mit der Batterie finde ich jetzt, das ist so frappierend, ja. Das ist genau das, als hättest du die Batterie in den Mund gesteckt. Ja. Ja. Extrem lebendig, also wirklich mit einer Spannung drin, ja. Ja. Die du wirklich ganz klar im Wein erfahren kannst. Ja. Ja, schön. Der ist auf jeden Fall schön. Das ist aber auch wieder was, was du nicht auf den Tisch stellst, wenn du Gäste hast, ne. Außer wenn du sagst, ja, das ist ganz Spektakuläres, wer lieber ein Bier will, kann es sagen. Weil das strengt Leute wieder an. Ja, ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, dass die erstmal verdutzt sind und das Zeug dann einfach wegsaufen. Ja, weil das ist einfach so, ja, das ist genau wegen dieser Mineralität, wegen diesem Lebendigen. Ja. Du trinkst es einfach weg, weil es einfach Spaß macht, obwohl du nicht weißt, was du trinkst, weil es so komisch ist. Ja. Im Chat fragt gerade einer, woher zum Teufel wisst ihr, wie es ist, an einer Batterie zu lecken? Ganz einfach. Naja, die Blockbatterie. Neun Volt Blockbatterie, genau. Das ist ja Klassiker. Neun Volt Blockbatterie und einfach mal in die Zunge halten, dann weißt du genau, was los ist. Ja. Ja. Tut auch nicht weh, ist noch ein bisschen komisch. Ja, ist komisch und ein bisschen so wie der Wein. Ja, und wenn du die frisch aus der Verpackung holst, dann kann es auch ein bisschen wehtun. Also dann ist es schon, also wenn ihr noch richtig die volle Power habt irgendwie. Also angenehm ist es nicht. Ne, angenehm ist es nicht. Ja. Ja, also zweiter Jahrgang, Boris Jeffries. Zweiter Jahrgang erst, also den zweiten, den er überhaupt gemacht hat. Den er überhaupt gemacht hat und der erste war genauso gut und also ich bin sehr gespannt. Also er hat noch drei, ich glaube zwei oder drei andere Weine, die waren alle gut, waren wirklich alle gut. Also noch ein anderer weißer, ich glaube noch zwei andere rote und also ein Weingut, was ich wirklich klassisch finde aus der Ecke und die Weine kosten zwischen 13,13 Euro 95 und 19,80 Euro. Das, was wir jetzt im Glas hatten, liegt bei 13,90 Euro und wir haben es ja gekauft beim Alex. Schöne Grüße übrigens vom Alex. Alex, das Schwein. Weil der immer, wenn er ein Newsletter schickt. Ah, ja, 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 genau. Oh, geil, boah, das will ich ja haben, boah, geil. Und dann gucke ich und sehe hier überall diese Kartons stehen und denke, nee, das musst du auch mal wegtrinken alles. Ja, ja, eben. Das große Problem, das ist das große Problem eines Weindiebhabers oder Weintrinkers, dass du, oder natürlich auch so einer Sendung, dass du irgendwie deinen Horizont erweiterst und bumms, erweitert sich auch irgendwie die Kartonage. Ja, die ganze ist schön, Kartonagenerweiterung, sehr schön. Ja, das ist echt, also dieser Newsletter ist nach wie vor schlimm. Also wenn ich, wenn ich nicht, wenn ich mich nicht wirklich, ich reiße mich wirklich richtig heftig zusammen, hier nicht Wein zu kaufen, ansonsten würde ich Alex leer kaufen. Ja, ja, das ist so. Das, ja, naja. Der hatte jetzt irgendwie, genau, Labbé aus dem Jura zum Beispiel, wo man extrem schwer drankommt und der hatte irgendwie eine ganze Reihe an Sachen. Und da kann ich eigentlich nicht sagen, nee, das muss ich jetzt an mir vorbeiziehen. Nee, das geht eigentlich nicht. Kann man nicht nicht kaufen. Weil die Weine so toll sind. Ja, ja, ja. Können wir hier in der Sendung auch nicht machen, weil das übersteigt schon sozusagen den Rahmen des Möglichen, weil der gar nicht so viele Weine davon bekommt. Ach echt? Das heißt, wenn wir sagen würden, bestellt euch das, kann es passieren, dass ihr nur zehn Flaschen da habt, oder wie? Von manchen Weinen, also wir sind ja mittlerweile so irgendwie, keine Ahnung, bei so 40, 50 Bestellungen pro Sendung. Echt? Und ja, bei solchen Weinen kann es dann sein, dass es die dann in der Menge gar nicht so wirklich gibt, weil er dann natürlich auch Weine an, der verkauft ja auch in die Gastronomie, das ist ja ganz wichtig für ihn. Ja. Und auch, ja, dass er vertreten ist in Restaurants. Das heißt, da geht erstmal ein ganzer Schwung weg und dann bleibt halt gar nicht, bei manchen Weinen wirklich gar nicht mehr so viel übrig, weil es die halt nur in sehr begrenzten Maße gibt. Ja. Ich verstehe. Das heißt, ich sollte mir von den Labbé-Sachen jetzt was klicken, meinst du? Ich finde, man kann Labbé immer blind kaufen, weil die Weine durch die Bank weg einfach sensationell sind. Also das ist das, was, also von der Spannung her haben diese Weine genau das, was hier der Jeffreys auch hat. Ja. Ja, dieses super mineralische, vibrierend, frische und dann hat er aber in diesen Weinen einfach nochmal eine andere Eleganz drin und das Typische, was Jura halt hat und was du anderswo auch nicht so richtig findest. Ja, wie nennt man das? Diesen fiesen Geschmack, den das hat? Ja, ne, das fiese, also Jura ist ja zum einen, ich sag mal, normal ausgebaut und zum anderen wird es ja ausgebaut unter Hefeschicht, also die kriegen ja dann so eine Charry-Aromatik sozusagen. Ja. Dieses Besondere, was diese Weine haben, das überträgt sich aber auch in einem ganz kleinen Maße auf die, ich sag mal, normal ausgebauten Weine. Sodass du immer so eine ganz leichte, so eine ganz leichte eigene Jura-Note in diesen Weinen hast. Das ist verrückt, aber es ist so. Und dann hast du halt, die haben zwar auch Pinot Noir und Chardonnay im Jura, aber viel ist eben auch noch autochtone Rebsorten, also Savagnon, Trousseau, Plussard, das sind alles sehr eigenständige Rebsorten, die du einfach anderswo irgendwo findest. So in dieser Form zumindest. Savagnon ist, findest du zwar auch noch anders, das ist Tramina halt, eine spezielle Tramina-Art, aber so wie du es im Jura findest, ist es eigentlich sehr originär sozusagen. Darf ich jetzt die nächste Flasche? Ja, darfst du. Le Trouble-Fait, ja? Le Trouble-Fait, genau. Le Trouble-Fait. Im Prinzip hatten wir auch schon mal ein bisschen Orange-Wein bei Matassa, aber das ist jetzt hier mal so ein richtiger sogenannter Orange-Wein. Das heißt, ein Weißwein, der Maische vergoren ist. Das heißt, ein Weißwein, der in gewissem Maße ausgebaut wurde wie ein Rotwein. Das heißt, angepresst und der Saft bleibt eben mit den Traubenschalen und allem, was in der Traube drin ist, bleibt er im Bottich. Also im Grunde das, was ein Rosé ergeben würde, wenn man es mit roten Trauben macht? Äh, nee, im Prinzip schon das, was ein Rot, je nachdem. Also ich würde aber eher grundsätzlich sagen, eher das, was ein Rotwein ergeben würde, wenn du es mit roten Trauben hast. Okay, also so lange bleiben die auf der Maische. Ach, apropos. Ja, die können auch einen Monat auf der Maische bleiben. Oha, jetzt fällt mir gerade ein, ich war bei der Jahrgangspräsentation von Martin Tesch. Ach was, du? Ja, der war auch hier in Hamburg am Wochenende und ich konnte leider nicht hin. Mein lieber Vater, da sind ein paar echt gute Sachen bei rumgekommen. Also die sind noch irgendwie was straff alle, weil die sind noch was frisch. Aber echt tolles Zeug. Ja, die haben auch viel geändert, ne? Alles irgendwie den ganzen Look irgendwie verändert. Und den anplackt, also seinen Einstiegswein, den hat er auf Magnums gezogen. Ja. Was ich sehr geil finde. Stimmt, ich muss Tesch bestellen. Ist ja cool, ja. Ich muss Tesch bestellen, siehst du? Geht's schon weiter. Ja, ja. Ja, aber war wirklich gut und den hab ich dann mal gefragt, weil wie lange liegt denn das so auf der Maische? Was hat er denn gehabt? Ist so anders, was er... Siehst du, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und der redet dann über Stunden, also ein paar Stunden. Ja. Und ich dachte immer, wir reden da über Tage oder sowas, weißt du? Der hat einen sogenannten Orange-Wein gemacht, kann man bei mir im Blog mal nachschauen, der hieß Five Miles Out. Ja. Der sah nur nicht Orange aus, aber von der Machart war er halt Orange. Er wollte mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Also mit Riesling zum einen, also wie man mit Riesling ein Maischefagode und Weißwein macht. Und zum anderen, ob das überhaupt mit seiner Idee von Wein harmoniert. Seine Idee von Wein ist ja, dass du alle Weine, die er macht, im Prinzip das ganze Jahr kaufen kannst. Das heißt, er macht Mengen, auch von den Lagenweinen eben, dass er sozusagen übers Jahr hinweg nicht ausverkauft ist. Ja. Und deswegen hat er sozusagen unter diesen Bedingungen mal ein Orange-Wein gemacht. Das hieß für ihn, dass er halt ein großes Edelstahl, einen großen Edelstahltank nimmt. Ja. Und da eben die angequetschten Trauben rein tut und die dann eben im Edelstahl vergehren. Und da hat er gesagt, dass dieser Edelstahltank, der ist so heiß geworden durch die Vergärung, dass die fast verbrannt sind im Tank. Und deswegen hat er es nur einmal gemacht. Ich habe noch eine Flasche von diesem Weining Keller. Ich fand den spektakulär, gut. Aber er kann es nicht machen sozusagen unter den Bedingungen. Kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen in der Form. Das geht nur in kleineren Gebinden und auch wahrscheinlich besser im Holz als im Edelstahl. Und er baut aber eben alle Weine im Edelstahl aus. Also es hat nicht zusammengepasst bei ihm. Aber das war ein interessanter Versuch. Und also Maischevergärung heißt halt wirklich, dass du zumindest über Tage hinweg einen Weißwein mit seiner Maische vergehst. Und das kann eben auch ein paar Wochen der Fall sein. Je nachdem, wie lange das dauert. Und dann wird eben erst sozusagen der Saft abgelassen. Und dann hast du einen Weißwein, der eben voller Gerbstoffe ist. Und das haben wir jetzt hier. Das hat halt ganz Unterschied. Also das verändert einen Wein fundamental. Natürlich. Also Pfirsich, ne? Aber so ein bisschen wie diese Haribo-Pfirsiche in der Nase. Also Kunstpfirsich. Was halt hier der Fall ist und deswegen habe ich den mal genommen als ein schönes Beispiel für Orange-Wein. Die Rebsorte ist halt Muskat. Und das hatten wir ja bei Matassa auch schon. Das ist halt eine sehr aromatische Rebsorte. Und dieses Aroma geht halt durch diese Maischevergärung auch nicht weg. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Der wird halt nicht dreckig oder so. Der wird auch nicht zu gerbstoffig. Aber er verändert die Rebsorte. Aber die Rebsorte bleibt trotzdem bestehen. Wenn ich zum Beispiel bei einem Riesling, wenn man das Maische vergehrt, oft das Gefühl habe, ich erkenne die Rebsorte eigentlich gar nicht mehr. Ja, den Muskat, den merkst du wirklich. Und den Muskat merkst du. Aber dann hast du halt dieses... Ach, den hätte ich gerne dekantiert gehabt. Ja. Kann man gut machen bei dem Wein. Glaube ich auch, ja. Kann man sehr gut machen. Und dann hast du halt bei diesem Wein, und das ist gerade, ich finde, die Verbindung von Muskat und Maischevergärung ist halt, dass da so was Hopfiges reinkommt, wie so Craft Beer. Also wenn du das jetzt in einem schwarzen Glas hättest und da würde jemand sagen, hier, was hältst du denn von dem Craft Beer? Dann würde es sagen, oh ja, äh, interessant, ja. Sagt der Chat, sagt auch, hat was von IPA in der Nase. Genau, hat was von IPA in der Nase. Also irgendwelche amerikanischen Aromahopfen irgendwie, äh, genau das. Ja. Und auch hier wieder im Prinzip so ein Kräutersud drin, ne. So ein bisschen Almdudler, äh, IPA und Muskat. Almdudler, IPA. Ja, also das finde ich schon, ich finde das sehr cool. Im Winter werde ich ja ein Holg-IPA brauen. Ja. Ich habe mir so ein Braudingsi, so ein Set bestellt. Ah, okay. Ich habe mir so ein Set bestellt mit IPA und Gedöns und dann mache ich das einfach mal. Ja, ja. Können wir mal ausprobieren. Und wenn es scheiße wird, nehme ich halt den Topf für Nudeln. Also Holgipa sozusagen. Sozusagen, habe ich mir gedacht, schreibe ich dann drauf, Holgipa. Ja, ja, cool. Irgendwas müssen wir machen im Winter, wenn du nicht raus kannst. Weil die Knie tief, der Schnee liegt. Bin mal gespannt, wie der Winter wird, ey. Nach dem Sommer, ich meine, das wird immer wärmer, oder? Ja, man hat so irgendwie so ein bisschen den Eindruck, aber auf jeden Fall wird es weniger verhersagbar. Verhersagbar. Den hätte ich gerne dekantiert. Allein um die Gabstoffe ein bisschen rauszukriegen noch. Jo. Also hier sind wir wieder im... Also weißt du, wenn der Pelz weg ist, dann wird der, glaube ich, nochmal richtig toll. Also wenn er weich wird, sozusagen. Ja, ja, das stimmt auch. Also ich mag es schon so auch. Ja. Aber einfach den Wein, auch jetzt an den Chat sozusagen, einfach den Wein nochmal, einfach gut was aufbewahren und morgen nochmal probieren und übermorgen. Also diese Weine, das Schöne an diesen Weinen ist, ja, dass sie sich wirklich über Tage, also schon über Stunden, eigentlich schon über Minuten, aber dann über Stunden, über Tage hinweg nochmal total verändern. Und das ist halt das Schöne an solchen, finde ich eben, sehr, sehr lebendigen Weinen. Ja. Ja, toll. Geschmack wie ein milder, trockener Cherry, sagt der Chat. Liebe Chatter, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich euch nicht namentlich erwähne. Ich nenne es immer Chat. Ja. Chat fragt, wie lange sind so Orange-Wine eigentlich lagerfähig? Stichwort Gerbstoffe, weil man, ne, viel Gerbstoff, viel Lagerfähigkeit ist ja so, was man spontan assoziiert. Ja, also ich glaube, grundsätzlich hast du da viele Jahre viel Spaß mit. Also Lagerzeiten wie ein Roter? Wenn er ausgebaut ist wie ein Roter? Das kann sein. Wäre aber ein Experiment. Aber du kannst ja auch nicht sagen, ein Roter hält so und so lange. Ja, aber grundsätzlich würdest du einen Roten länger lagern wollen als einen Weißen, oder? Jein, ja. Okay, du nicht, ich ja. Nö, ja, also wenn du jetzt einen Burgunder aus einer guten Lage von einem guten Winzer hast, der den Wein eben ins Holzfass legt, irgendwie anderthalb Jahre oder so und dann auf die Flasche zieht, dann kann er ja auch 10, 15, 20 Jahre, je nachdem. Und ich würde sagen, Orange-Weine werden auch eine längere Zeit haben. Die Frage ist nur, also bei so einem Wein würde ich jetzt mir die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, den irgendwie so lange in den Keller zu legen, weil ich finde, dass ja, dass gerade so ein Muskat eigentlich jetzt Spaß macht. Der hat jetzt diese Frische, der hat diese, der ist ja richtig die Beine wegfrisch. Ja, ich weiß, was du meinst, wenn so ein Muskat, wenn Muskat älter wird und was schwerer wird. Also ich hatte jetzt von diesem Weingut aus der Pfalz mit den Basaltböden hatte ich einen Silvaner, der eben teils im Holz, teils in der Amphora ausgebaut war, eben auch ein bisschen längere Maische Standzeit hatte. Bei dem würde ich sagen, der Wein, der schafft bestimmt 10 Jahre, ja. Und das kann man da auch einfach mal ausprobieren und experimentieren, weil ein Silvaner einfach ein ganz anderer Weintyp ist. Der ist an sich schon irgendwie so ernst und erdig und so. Der kann einfach auch reifen. Also da ist es bestimmt interessant, so die Veränderungen mitzubekommen. Bei einem Muskat, glaube ich, würde ich das gar nicht so richtig versuchen, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ein Maische Vergoner Weißwein, der hat schon ein paar Jahre mehr Kapazität als jetzt, ich sage mal, ein normaler Wein. Aber normale Weine gibt es halt auch wieder nicht, ja. Also ich meine, du erinnerst dich an die Vertikale vom Wagner-Stempel-Hergritz. Oh, da müsste es eigentlich auch neun Jahrgang geben, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, welche alten ich habe. Da haben wir ja, 2002 war der erste Jahrgang. Ja, aber ich habe ja später angefangen zu kaufen. Ich glaube, ich habe ja erst 13. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ne? Also ein trockener Riesling, 2002, der war gerade, also vielleicht gerade mal auf dem Höhepunkt. Ja, ja. Wenn überhaupt schon. War eigentlich der stimmigste Wein im Ganzen, in der ganzen Vertikale. Also da war der halt auch schon zwölf Jahre alt, ne? Und besser als was Wagner-Stempel neuerdings. Also die Neueren fand ich ja nicht mehr so geil von ihm. Also mir haben die alten besser gefallen. Du nicht so. Ich fand die ja auch, also ich finde die ja schon extrem gut. Aber die, es ist halt immer schwierig, so ein Wein miteinander zu vergleichen, der eben dann doch schon zehn, zwölf Jahre gereift ist. Ja. Und das Potenzial, was ein Wein hat, der eigentlich darauf angelegt ist, dass man ihn zehn Jahre in den Keller legt oder mindestens fünf und den du jetzt probierst. Der Chat sagt gerade, ob man vielleicht mit diesem Le Troublefait Cocktails mit IPA machen kann. Ja, ausprobieren, ne? Ja, je mehr Sauerstoff er bekommt, desto bieriger wird er. Auch interessant. Ja, stimmt. Cooles Zeug. Ja, das ist einfach eine völlig andere Art von Wein. Ja, das ist ja das Schöne. Also irgendwann, irgendwann bist du dann halt im, das ist ja, da hatten wir ja schon öfter dieses Thema, du fängst halt an mit dem Trinken, also mit Wein gut finden und hast dann so eine Schmerzgrenze. Ja, aber mehr als zehn Euro die Flasche gebe ich jetzt erstmal nicht aus. Und für Alltags mehr als fünf oder sechs Euro für so einen Wein abends im Alltag gebe ich nicht aus. Und jedes Jahr gibst du zwei Euro mehr aus. Und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo man dann solche Freaks wie dich kennenlernt, die sagen, hier, trink das doch mal. Ja, und dann bist du halt versaut. Ja. Und das finde ich halt, also ich mag das ja, ich finde das prima, also ich finde es halt toll, andere Weine zu trinken. Also das macht es dann halt immer relativ schwierig, wenn dann jemand vor dir ist und sagt, ah ja, total schönen Wein, hat nur sieben Euro gekostet, total super. Und du nimmst dann so eine Flasche davon und denkst dir so, boah, ist das langweilig. Ja, wobei wir eben, ich versuche ja immer wieder auch eben solche Weine einzustreuen, die auch nur sieben Euro kosten, so wie jetzt in der vorletzten Sendung eben mit Roche-Odran und die eben trotzdem sehr viel Spaß machen. Trotzdem anders sind. Genau, trotzdem anders. Aber das ist natürlich schwieriger als bei einem Wein jetzt wie dem, ich sag mal für 13, 14 Euro, ist die Bandbreite an interessanten Weinen einfach größer als bei sechs, sieben Euro Weinen, ganz klar. Ja, ganz klar. Aber das hier ist einfach wirklich eine völlig andere Form von Wein, wo man, ich finde bei diesem Wein, du merkst eigentlich auch den Alkohol irgendwie so gar nicht. Das kannst du einfach so, du trinkst es einfach weg. Ich bin auch gerade so unfassbar vorsichtig. Ich glaube, ich habe, das ist die Sendung, in der ich noch mehr ausspucke als sonst. Ja gut, weil du nichts gegessen hast, ist das schlecht. Außer einem riesigen Döner-Teller heute Mittag. Oh Gott. Mit Neuland-Fleisch. Sehr geiler Döner-Teller. Ja, dann manifestiert sich in diesem Weinglas, finde ich, nochmal so ein Stein, der mit Luft auch immer markanter wird. Boden hier ist im Wesentlichen Schiefer und Kalkstein. Also Schiefer merke ich ehrlich gesagt nicht bei dem Wein, würde ich nicht damit verbinden. Kalkstein vielleicht schon eher, aber auf jeden Fall sowas Steiniges. Was jetzt am Anfang, fand ich, nicht so markant war, aber zunehmend starker. Ich habe bei Globetrotter, bei diesem Outdoor-Laden, gibt es Wein zum Mitnehmen. Hast du mal gesehen? Ja, ja, diese Tütchen. Tütchen mit einem Glas Wein drin. Habe ich mich aber nicht getraut zu kaufen. War auch sauteuer. Ich habe irgendwie drei Euro. Ja, Globetrotter ist sowieso, ich war ja irgendwie, ich bin ja fast vom Glauben abgefahren. Das ist eine Apotheke. Okay, zum Globetrotter, bevor wir diese Kanu-Tour gemacht haben. Und ich wollte einfach nur so ein bisschen noch, ich brauchte irgendwie noch so vier Plastikschüsseln und so ein paar Sachen, nur so ein paar Sachen einfach. Das ist echt krass. Ja, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Andererseits bin ich ganz, wenn ich hingehe, also ich habe mir da meine Wanderstiefel gekauft, also hätte ich auch nicht gebraucht, also ich habe mir richtig für Berge und Geröll und so Stiefel gekauft. Da, wo wir lang sind, hätten aber auch meine normalen gereicht. Also ich habe jetzt auch noch so, ich weiß nicht, was das ist, das ist dann so für mehr Asphalt oder befestigte Wege, so für einen Wald oder sowas. Habe mir aber trotzdem welche gekauft und die Beratung war halt super. Also das war echt nochmal, also und die Schuhe waren dann am Ende auch nicht teuer. Also ich glaube, die haben 210 oder so gekostet, was für so Bergwanderstiefel echt nicht viel Geld ist. Und die halten halt auch ewig und er sagt auch, ja und wenn die Sohle durch ist, die, das sind so, die werden halt repariert, kannst du einschicken. Also kannst du vorbeibringen, wir schicken die dann ein und dann werden die wieder aufgearbeitet und das kostet dann halt irgendwie auch nur 80 oder sowas. Also, aber die haben, also die Preise da sind echt ordentlich. Also es ist wirklich heftig. Fällt mir auch immer wieder auf. Wobei, ich meine, so viel Rävenhose oder so 300 Euro. Ne, so teuer waren sie nicht. Ja, schon ganz schön verrückt, was das Zeug kostet. Aber bei diesem Wein wollte ich trotzdem mal ausruhen. Ich habe mich ja auch nie getroffen. Ja, ich kenne den, also ich habe den, weil wir den mal damals irgendwie als Muster bei Havesco zugeschickt bekommen haben. Also man kann das trinken, aber... Schmeckt wie Kneipenwein wahrscheinlich. Ja, ist halt Discount-Weinniveau. Ja, und da trinke ich eher ein Bier dann. Ja, das ist die alte Regel. Genau. Dann gibt es da ja noch so Plastik-Weingläser zum Schrauben. Stimmt, ja genau. Gibt es auch. Was ich ja auch ewig in meiner Wohnung liegen hatte, in meiner Küche in Frankfurt lag das ewig rum. Dieser Wein zum selber aufgießen. Ach Gott, ja. Habe ich mich auch nie getraut. Ja, genau. Weinpulver. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Weinpulver. Na, in Norwegen gibt es das, ne? Ja. In Norwegen, nee, das war gar nicht Weinpulver, sondern das war Mostpulver. Zum selber vergehren lassen. Okay. In Norwegen kriegst du im Baumarkt, das ist total geil, im Baumarkt gibt es eine Ecke, wo du selber winzern kannst. Da hast du halt alles, was du brauchst. Und der Most ist halt, was dann, gefriergetrockneten Riesling-Most. Ja, super. Und das machen die dann da, ne? Weil es ist halt billiger, als sich das Zeug da irgendwie in einer lizenzierten Bude zu kaufen. Und dann gären die da so vor sich hin. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so schlecht ist. Ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, kann man auch aus so einem gefriergetrockneten Riesling-Most was halbwegs ordentlich rausholen. Wollen wir das mal ausprobieren? Könnten wir mal ausprobieren. Haben wir Hörerschaft in Norwegen oder so? Hattest du nicht Bekanntschaft in Norwegen? Ja, eine Freundin von mir wohnt da oben. Ja, ja. Muss ich mal gucken, ob die das irgendwie auf die Reihe kriegt, mir das Zeug mal zu schicken. Das wäre ja mal ein Experiment wert, finde ich. Ja, was brauchen wir denn? Also wir brauchen den Most. Ein Glas Most. Ein Glas Most. Sorry. Hast du getrunken? Nein, aber das war irgendwie so ein alter Gorbatschow-Gag. Stimmt. Ein Glas Most. Das, also das, eigentlich braucht man, ja, eigentlich müssen wir uns nur dieses Zeug schicken lassen und vergehren. Wo lassen wir drinnen vergehren? Irgendwie müssen wir uns einen Ballon besorgen. Ja, sollte ja irgendwie machbar sein. Aber warum ich mir jetzt einbilde, das ausgerechnet... Das ist ja auch im offenen Bottich im Keller. Aber das ausgerechnet so ein Honk wie ich jetzt in der Lage ist, aus Riesling, norwegischem Riesling-Most, einen akzeptablen Wein zu machen, ist, das grenzt an Hybris, ne? Eigentlich schon. Ja. Ich versuche das erstmal mit dem... Du kannst es ja parallel zu dem Bier machen oder mal gucken, was nachher besser schmeckt. Genau. Ja. Genau. Also, ähm... Der wird wirklich immer interessanter. Ich hoffe, dass das wirklich ausartet. Marc Barriot, Clos de l'Origin. Warte, warte, warte. Ich muss das Glas ausspülen. Achso, ja. Nee, trich mal weiter. Marc Barriot, Clos de l'Origin. Ähm, kommt irgendwie aus der Ecke, hat dann irgendwie so eine Weintour durch die Welt gemacht. Irgendwie Australien und so. Andere Teile von Frankreich. Ist dann wieder zurück nach Moris. Moris ist so eines der bekanntesten Dörfer eigentlich im Rousselion für traditionell gemachten Wein. Und er macht halt irgendwie sozusagen konträr zu allen Traditionen eben so solche Weine wie diesen hier. Ähm... So, dann gucken wir mal. Wo ich wirklich auch schon verschiedene... Der ist ja rot! Ja. Wo ich schon verschiedene Leute, äh, die so aus der Weinbranche, die eigentlich von Orange Wein eben nicht viel halten, die dann eben schnell mal so eine Flasche auch mit, äh, geleert haben. Äh, weil dieser Le Trouble Faire einfach... Mmh! Auch sehr, sehr süffig ist. Ja. Achso, ich dachte, wir wären jetzt bei... Mmh, mmh. Clou, Clou... Nee, nee, das war alles noch... Oh, ups! Das war noch... Nee, macht ja nichts. Ja. Ich wollte ja eigentlich nur zum Nächsten überleiten. Verstehe. Ähm, genau. Domain, ähm, Clou de Moor. Moor ist irgendwie, habe ich gelesen, eine bestimmte Wildlöwenzahnart. Aha. Und ein Clou ist ja ein, ein umfriedeter Weinberg. Mmh. Und da gibt's dann möglicherweise relativ viel Wildlöwenzahn, äh, den... Das ist eine sehr interessante Nase. Jean-Philippe Boucher, so heißt der, eben, früher immer bei seiner Oma im Salat gehabt hat. Aha. Ja, und danach eben irgendwie auch das Weingut benannt. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein Aufsteiger-Weingut in der, in der Bio-Szene von der, von der Rhone. Also wir sind jetzt sozusagen diesmal umgekehrt wieder so ein bisschen nach oben gewandert, in die, an die Südronen. Also im Prinzip, ähm, Côte d'Iron, ja. Und, äh, das Ganze eben auch wieder sozusagen als van naturell, ähm, gekeltert, ja. Ja, also praktisch keinen Schwefel. Das ist wirklich interessant, der riecht. Also in diesem Jahr, glaube ich, praktisch gar keinen. Also die, und das finde ich auch sinnvoll, ähm, also Schwefel macht ja Sinn, ja. Schwefel ist ja so ein bisschen so wie so ein Antibiotikum, wenn du krank bist, ja. Ähm, das heißt, ähm, Schwefel stabilisierten Wein. Und Schwefel, ähm, 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 arbeitet eben auch gegen Keime und Verunreinigungen im Wein, ja. Ja. Und, ähm, wenn du eben Schwefel frei arbeitest, musst du extrem sauber arbeiten, das ist schon mal Pflicht. Also ich meine, im Weinkeller sollte es sowieso extrem sauber sein, äh, weil du halt ganz schnell jede Menge an Verunreinigungen in den Wein reinkriegen kannst, Pilze und so weiter, Hefen, die da nicht reingehören. Und, äh, deswegen ist es sowieso schon mal Pflicht. Aber dann gibt's eben auch Jahrgänge, die problematisch sind, weil du dir aus dem Weinberg irgendwie, ähm, Probleme reinholst. Und, ähm, deswegen, äh, arbeiten viele Winzer mit Laboren zusammen und schicken irgendwie auch Proben ihrer Weine sozusagen ein, lassen die kurz checken, wie, wie sozusagen der mikrobielle, ähm, wie so die mikrobielle Aussage des Weins ist, ja. Ob der irgendwie problematisch ist oder nicht. Und danach kannst du dann auch so ein bisschen ausprobieren oder beziehungsweise dich entscheiden, wie viel Schwefel du, äh, auf den Wein gibst, ne. Gerade wenn du jetzt sagst, also ich will so wenig Schwefel wie möglich eben drin haben und wenn das ein ganz sauberes Lesegut ist, was aus einem völlig unproblematischen Jahr kommt, dann kannst du dich eben auch dafür entscheiden, gar keinen Schwefel zu verwenden. Und wenn der Jahrgang problematischer ist, dann solltest du eben so ein bisschen Schwefel da reintun, weil, weil sonst, äh, so ein, so ein Wein eben auch echt kippen kann, ne, auf der Flasche. Ja. Und ich finde den, Entschuldigung, ich, was der in der Nase, der hat was von, der hat, der hat was Käsiges und zwar so ein Büffelmozzarella mit Schokolade. Also ich schenke mal gerade ein. So ein bisschen wie die Kiffertasche, die es früher bei dieser Pizzabude in Köln gab. Die was? Kiffertasche. Kiffertasche, genau. Kiffertasche mit Mozzarella und Butter. Ah, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Da ist so, das hat so was wie so ein Büffelmozzarella im Hintergrund. Das flasht mich gerade so ein bisschen. Ja, das ist, ich glaube, das ist vor allen Dingen die Hefe. Oder Schafskäse, ein milder Schafskäse. Also ein Kombi mit dem Syrah macht, ja. Also ich hatte ja im Vorfeld gesagt, sozusagen alle drei waren in den Kühlschrank. Jetzt gerade bei dem Wetter, alle drei waren in den Kühlschrank und dann eben zusammen rausholen vor der Sendung. Und dann ist jetzt natürlich der, den wir als dritten trinken, der wärmste. Und das ist halt jetzt der Rotwein, der aber trotzdem eben noch relativ kühl ist. Und ich finde, bei dem Wetter ist es genau die richtige Temperatur jetzt für den Wein. Ja, meiner ist warm. Also ich habe den nicht lange genug im Kühlschrank. Ich hatte nur eine Stunde im Kühlschrank. Meiner hatte eben noch eine Kühle da drin. Und bei so einem Tag von 30 Grad draußen, da willst du ja abends keinen Wein trinken, der irgendwie 22 Grad hat. Ja, und genau das tue ich gerade und es ist nicht sehr angenehm. Es ist nicht so angenehm, genau. Weil das nämlich dann alkoholisch wird, dann kriegst du diese Klebstoff-Aromatik da rein. Und da hast du wieder nichts zugehört. Du hast den Wein ja erst heute aus dem Depot geholt. Ja, hat auch noch viel zu viel, viel zu viel Tannine. Der muss noch stehen, also der muss stehen. So, da kann ich mir jetzt sowas von dir erzählen. Das in der Nase ist ja ganz prima. Also der heißt Atable, weil es einfach ein Tafelwein ist, ja. Also irgendwie, das ist so genau die Art von südfranzösischem Wein, jetzt in dem Fall eben auch von typischem Syrah, der dafür gemacht wird, dass man ihn auf den Tisch stellt und trinkt. Ja. Also ein Vendessau, wie man in Frankreich irgendwie sagt, ein Saufwein, der jetzt nicht den Anspruch hat, ein eleganter, tiefer Wein zu sein, sondern den Anspruch hat, zu unterhalten. Ja, und ein Essen zu begleiten und eben einfach ein Abendbrot zu begleiten, ja, mit, ich sag mal, mit frischem Brot und Aufschnitt und Käse und so weiter, ne. Und dann ist auch gut, ja. Das ist also genau das, was er sein soll. Ein frischer, auch kühl zu trinkender, süffiger Wein. Kann gut sein, in Warem ist der überhaupt nicht schön im Mund. Nee, das glaube ich. Überhaupt nicht. Also es ist ja, ja. Faszinierend. Ich weiß nicht, was der Chat sagt, die haben wahrscheinlich irgendwie mitgekriegt. Ich gucke mal, was der Chat sagt. Schokolade. Also es ist halt nach dem Orange Wein ein bisschen dünn. Eisbonbon. Eiskonfekt. Nee, Eiskonfekt vielleicht, ja. Eisbonbon finde ich hat er gar nicht. Eisbonbon sind ja Hustenbonbons, ne. Genau, das sind so diese Kaltgeararomen, die man so drin hat, die hat er jetzt gar nicht drin. Also der hat hefige Aromen drin, der ist halt sehr, sehr jung. Der hat so junge Hefearomen drin und das, also insofern kann ich auch so ein bisschen dieses käsige, laktische irgendwie nachvollziehen. Der macht im Mund so dermaßen keinen Spaß. Also der hat halt, der hat jetzt halt in der Packstation gelegen, ich weiß nicht, wann er da angekommen ist. Und ich habe den eine Stunde oder ja, anderthalb Stunden vor der Sendung aus der Packstation geholt, eine Stunde vor der Sendung ungefähr fertig in den Kühlschrank. Der ist halt überhaupt nicht gekühlt gerade. Ja, das ist halt scheiße. Faszinierend, der ist richtig fies. Während du erzählst, dass er das nicht isst. Das ist echt, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich den mal runtergekühlt habe, wenn ich da morgen noch rein. Kühl den mal runter und genau, versuch nochmal, weil das ist, also ich finde ihn saftig, finde ihn, der hat eben auch eine schöne Frische, eine schöne Säure dabei. Der ist leicht, ja, ist leicht. Ja, das merkt man. Der Orange-Schwein ist sozusagen vielleicht ein bisschen dichter sogar als der hier. Und es ist wirklich einfach ein Wein, den du auf den Tisch stellst und trinkst. Und der eigentlich allen Freude machen dürfte, die irgendwie mit am Tisch sitzen, finde ich. Was passiert, wenn er warm wird, also wenn er offen warm wird, dann? Meinst du, wenn er dann so mal drei Stunden gestanden hat, dass er dann … Also bei den Außentemperaturen, die wir jetzt haben, ist es ja auch auf Dauer eben entsprechend wärmer. Und da wird jeder Rotwein irgendwann keinen Spaß mehr machen. Also kein Rotwein wird mehr Spaß machen, wenn du ihn drei Stunden mitten im Sommer auf dem Tisch stehen hast, ohne ihn zu kühlen. Das ist einfach so, weil die Alkoholgrade ja ein bisschen höher sind und ein Rotwein schnell so einen Ton von Uhu bekommt, wenn er eben zu warm wird. Ich meine, auch ein Weißwein macht ja keinen Spaß mehr, wenn er viel zu warm ist. Und wenn du eine Weintemperatur von 20, 22 Grad auch bei einem Rotwein hast, dann macht das einfach keinen Spaß. Jo, und genau das habe ich gerade. Das ist schlimm. Hui. Ja, genug übrig für die nächsten Tage. Ja. Ich kriege auch diesen Pelz, also es ist so ein astringierender Pelz im Mund. Das ist echt enorm. Und den habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aha. Wow. Also ich habe jetzt tatsächlich diese typische Syrah-Fucht sozusagen. Und dann eben vor allen Dingen dieses Häfige von einem jungen Syrah-Ebeter. Nee, gar nicht. Also im Mund kann der gar nicht. Es ist interessant. Ja. Und ich vertraue dir eben hinreichend, sodass ich... Ja, musst du einfach morgen nochmal probieren. Kannst du ja nochmal unter die Veröffentlichung schreiben sozusagen. Genau. Ja. Hm. Genau. Äh. Womit konter ich das denn jetzt? Ja, wahrscheinlich eher mit dem... Versuch nochmal den ersten. Hm. Weil vor dem Orange-Wein habe ich schon zu viel... Das Schlimme ist, vor dem Orange-Wein habe ich fast die halbe Flasche leer. Und praktisch alles ausgespuckt. Das ist so scheiße. Das ist viel zu schade. Das ist doch echt schade. Ja, das ist jedenfalls neu beim Alex im Programm, Claude Moor. Ja. Ich kannte ihn bisher auch nicht. Ich habe einfach nur einiges davon gelesen und gehört. Und auch Matthias Neska, also Che Matze, einer meiner bevorzugten Blocks. Der macht gerade da unten Urlaub. Und der war eben auch bei Claude Moor und hat drüber geschrieben. Weil er einfach auch ganz begeistert war von dem Wein. Und ja, ich finde es auch schön. Einfach ein schöner, einfacher, klarer Wein. Der kostet jetzt 10,90 Euro die Flasche. Was, finde ich, ein echt guter Preis ist für den Wein. Ja. Aber immerhin, heute haben wir wieder endlich mal einen Favoriten bei mir. Weil die letzten Male war es ja immer so, ich dachte, verdammt, ich muss von allen drei Sechser-Kartons kaufen. Und heute ist auf jeden Fall der Orange-Wein. Also Le Trouble-Fait. Das ist mein Favorit. Der ist toll. Der hat sehr viel von den Dingen, die mir an Wein Spaß machen. Ein bisschen was Räudiges. Ja, Räudiges, lustige Säure. Ja. 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 Ja, schön. Ja. Da sind wir schon durch. Sind wir eigentlich schon durch. So, dann machen wir Feierabend, ne? Ja, ich sag mal, wir haben noch keinen Termin. Nee, wir haben noch keinen Termin für die nächste Sendung. Aber wir werden die nächsten beiden Monate werden wir Portugal machen. Ah, geil. Ja. Mit Portwein oder mit Wein aus Portugal? Nee, mit Wein, würde ich sagen. Ja, mit Wein. Mhm. Ich fliege nächste Woche nach Portugal. Ach, der feine Herr. Der feine Herr fliegt vier Tage ins Minho, wenn es nicht völlig abgebrannt ist. Also nach Nordportugal. Da toben im Moment die Waldbrände. Das ist ziemlich extrem. Aber bisher hat mir noch keiner die Reise abgesagt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich auch da rüberfliegen werde. Also das ist das Vigno-Werde-Gebiet. Aha. Und ich bringe sozusagen Vigno-Werde mit und wir machen im nächsten Monat eine Sendung mit drei Weinen von Gutswein aus Frankfurt. K&M-Gutswein hatten wir schon mal irgendwie relativ am Anfang unserer Serie. Kennst du ja glaube ich auch als Laden. Ja, klar. Genau. Genau. Und im November machen wir dann drei portugiesische Weine mit dem Weinangebot von Hendrik Thoma. Wein am Limit. Aha. Ja, genau. Dann gucken wir mal. Dann kriegen wir sechs verschiedene portugiesische Weine, weil das ist einfach auch ein super spannendes Weinland. Termine gibt es im Live-Kalender. Auf vrinte.de gibt es einen Kalender-Link. Da sind alle Live-Sendungen drin. Außerdem bei Christoph im Blog originalverkork.de. Und nachdem Christoph mich dann siebenmal daran erinnert hat, kündige ich dann viel zu spät auf vrinte.de auch die Termine der nächsten Sendung an. Ja, genau. Also so wie immer. Genau. Im Zweifelsfall fragt uns einfach, wir werden gleich im Nachgang der Sendung die Termine off-air miteinander vereinbaren. Das heißt, wir werden es dann wissen. Genau. So. Und jetzt gehen wir wirklich nach Hause, beziehungsweise bleiben wir zu Hause. Aber wir tun so, als gingen wir jetzt nach Hause. Ich danke dir, Christoph. Ja, ich danke dir. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Jo. Wer redet, ist nicht tot. Ja, ich danke dir. 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 Vielen Dank.